Nach fünf Stunden hat Tom seine Sitzung bei Tattoo-Künstler Mick überstanden. Was ist aus dem sinkenden Schiff geworden? Der starke Seemann ist jetzt doch aufgeregt. Ich dreh dich mal so hin, dass wenn die Brille ab ist, dann siehst du es. So, ich würde sagen, nimm die Brille ab und mal sehen, ob du noch was von deinem Schiff siehst. Hallo. Kann ich gucken. Blick nach. Boah, nein. Boah, die ist ja saugeil. Boah, die ist ja super geworden, echt. Das ist total der Hammer. Die Farben sind total geil. Richtig klasse. Hätte ich mir nicht vorgestellt. So, boah, super geil. Toms altes Schiff wurde für immer versenkt. Nun sitzt auf seinem Arm eine kluge Eule mit Seemannsmützchen. Und kluge Tiere findet Tom richtig klasse. Vor allem Eulen. Ja, komm mal her. Ja, er lässt sich umdrehen. Ich bin total froh, dass ich das gemacht habe und dass wir das Schiff versenkt haben. Sozusagen richtig klasse. Es hat funktioniert. Ich kann es immer noch nicht glauben. Auf jeden Fall, das Schiff ist weg.